Und einmal Perspektivenwechsel. Das ist meine Videowand. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Das letzte Mal, dass ich mich so richtig für euch gemeldet habe, ist echt schon über drei Monate her. Das letzte Mal, dass ich aber hier auf YouTube was von mir habe hören lassen, war vor zwei Monaten ungefähr. Da habe ich so einen Community-Post gemacht und gemeint, dass ich mich jetzt mit einem Video beschäftige, wo ich das Skript vor über zwei Jahren geschrieben habe. Ja, irgendwie habe ich mich nicht so richtig mit diesem Video beschäftigt. Das, was vor allen Dingen dazwischen kam, war mein Umzug. Es ist nicht schwer zu erkennen. Ich bin umgezogen. Das hier ist nicht mehr mein Wohnzimmer. Das hier ist jetzt ein kompletter Raum nur für mich und meinen YouTube-Kanal, mein Studio sozusagen. Wenn es so lange her ist, dass man vor der Kamera stand, ist es manchmal ein bisschen schwierig, womit man denn jetzt wieder einsteigt, wenn man wieder voll motiviert ist, produktiv Videos zu machen. Und deswegen dachte ich mir, ist das hier ein guter Anlass, um das Studio kurz vorzustellen, es einzuweilen und für mich wieder ein bisschen Routine in Videos drehen zu bekommen. War das ein dramatischer Satz? Ich habe keine Ahnung. Ein dramatisch korrekter Satz, ne? Ich habe dieses ominöse Video mit dem Skript von vor zwei Jahren jetzt nochmal ein bisschen beiseite gepackt. Ich hatte damals schon geschrieben, erwarte ich keine Endresultate zu diesem Video. Ich möchte jetzt aber in einem neuen Jahr einfach wieder Routine bekommen und wieder Content produzieren. Und wann dann irgendwann dieses ominöse Video kommt, mal schauen. Und es werden auch ganz viele andere Videos kommen. Ihr kennt das ja. Hier geht es irgendwie immer voran, auch wenn ich mal eine Weile weg bin. Ich hatte erst überlegt, das neue Studio so zu gestalten, dass es aussieht wie meine alten Videoband. Also, dass man eigentlich keinen großen Unterschied merkt. Aber als ich dann damit angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich ziemlich viel Lust auf was Neues hatte. Und vor allen Dingen hatte ich noch hier dieses Rollbildsacken auf Deutsch, glaube ich. Für mich ist das ein Kakimono und das heißt so viel übersetzt wie Hängbild, Hängerolle, Rollbild zum Aufhängen. Auf Stoff oder Papier gemalt oben und mit je waagerechtem Holzstab. Das beschreibt es ziemlich genau. Das habe ich während meines Auslandsjahres in Japan gemalt und hatte es jetzt im Umzug wieder in der Hand und dachte mir, es ist zu schade, dass es einfach nur rumliegt. Deswegen hängt es jetzt daran. Das habe ich gemalt. Es ist nicht wunderhübsch. Es ist nicht so toll wie diese Kanji. Ich gebe es zu, das sieht nochmal ein bisschen ästhetischer aus. Dafür ist es aber mal wieder Abwechslung und was Persönliches, was ich gemacht habe. Und jetzt gucken wir uns noch kurz einmal den Rest dieses Zimmers an, damit ihr nicht nur wisst, wie es da aussieht, sondern damit ihr auch wisst, wie es da aussieht. Und einmal Perspektivenwechsel. Das hier kennt ihr jetzt. Das ist meine Videowand. Das ist sozusagen die Rückwand des Raumes, also gegenüber vom Fenster. Hier steht eine kleine Kommode, die einerseits auch ein bisschen als Hintergrund dient im Video, andererseits aber auch super viel Stauraum bietet für Kamera-Equipment. Wobei das ist nur da oben drin. So viel habe ich nämlich gar nicht. Und ansonsten ganz viel Papierkram und Dinge, die man halt so hat und die man verstauen muss. Und hier witzigerweise aber auch ganz viele Dinge zum Basteln und Nähen. Dann haben wir hier neben dieses Regal. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, doch es war schon ab und zu mal im Hintergrund von meinen Videos. Es ist jetzt noch ein bisschen chaotisch. Ich habe versucht anzufangen zu dekorieren, aber da unten liegt einfach ganz viel Krams, wo ich noch nicht so richtig weiß, wohin damit. Das ist noch ein Wandregal und darin sind die Schrauben. Das muss ich auch noch anbringen, vielleicht irgendwie hier an diese Wand hier. Das ist sozusagen einmal viel zu hell und die Seite, die ich sehe, wenn ich meine Videos aufnehme. Das Stativ steht jetzt mitten im Raum. Das steht nicht immer da. Das hier ist ein Tisch. Das freut mich super. Das wird mein Nähtisch. Also es sieht jetzt super schmal aus, aber ich weiß nicht, wer von euch diesen Ikea-Tisch kennt. Den kann man hier nämlich ausklappen. Dann kann man hier einen größeren Tisch draus machen. Also dann ist da drunter so ein Fuß, den man aufstellt. Und dann habe ich Platz zum Nähen. Da ich das aber gar nicht so oft mache, ist es super, dass das jetzt einfach so beiseite steht und nicht im Weg steht und nicht super viel Platz wegnimmt. Sondern da halt einfach so ein bisschen noch zu viel, aber einfach so ein bisschen Deko und meine Nähmaschine steht. Das sind alles Bücher, die hier irgendwo noch untergebracht werden müssen. Und es gibt noch einen Karton, der ist größer als die beiden Kartons zusammen. Ich habe, glaube ich, zu viele Bücher. Das ist das Fenster. Das ist mein Schreibtisch. Da steht jetzt noch ein Licht. Das sieht jetzt gerade aus, als wenn dieses Licht scheint. Aber nein, eigentlich scheint nur dieses Licht und das reflektiert da drin nur. Das ist auf jeden Fall mein Schreibtisch. Der sieht auch noch immer noch aus wie früher. Der hat nicht wirklich ein System. Und hier werde ich dann meine Videos bearbeiten und ab und zu mal einen Livestream machen auf Instagram. Yeah, mittlerweile habe ich schon zwei oder drei Stück gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube drei insgesamt. Immer. Keine Ahnung, wie viele Jahre. Aber vielleicht mache ich das ja mal öfter. Und das war es eigentlich schon. Es ist nur ein 8,8 Quadratmeter großer Raum. Aber dafür finde ich, habe ich jetzt schon sehr viel hier reinbekommen und sehr viel daraus gemacht. Es ist einfach perfekt für mich als kleines Studio. Und ich freue mich halt mega darauf, einfach hier so einen extra Raum dafür zu haben. Und gerade meinen Schlaftisch und auch die Videowand einfach nicht mehr im Wohnzimmer zu haben. Es war jetzt kein großes Problem oder so. Es ist so einfach nur cooler, weil man kann den Raum zumachen und dann kann alles chaotisch bleiben, wie es war. Und eine Sache, die ich jetzt auch in diesem Raum gemacht habe, die will ich euch noch zeigen. Die finde ich super gut. Hallo und willkommen auf dem Fußboden. Und zwar habe ich mir hier eine Markierung gemacht, wo ich stehe. Und da hinten habe ich Markierung gemacht, wo mein Stativ steht oder stehen soll. Und das werde ich dann immer benutzen, damit ich einen ähnlichen Videoausschnitt habe. Also damit die Videos noch ähnlicher einander aussehen, wie sie sowieso schon sich aussehen. Boah, ich glaube Grammatik ist heute nicht so meins. Und das ist es also, mein kleines Afrikosenklangstudio. Das soll es jetzt aber auch schon mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, es war eigentlich nur dazu da, um euch kurz mal diesen Raum vorzustellen. Und für mich, damit ich mich wieder ein bisschen mit meiner Kamera anfreunde. Und deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und keine Sorge. Wir sehen uns eher wieder als nach meinem letzten Video.